Sand Let's go So, Keller oder? Ja. Ja, Keller. Ja, aber das ist doch nicht. Wo hat das eigentlich hier? Oder für die Bagri. Zurück kommt. Eliminiere Sie, um Sie schneller zurückzuholen. Markiere einen Arzt für einen Truppsoldat. Direkt Keller. Ja, 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 ja. Wo war denn der Eingang vor dem Zeug bin ich, Alter? Ich brauchte jetzt immerhin so'n öftersprünglichen Ton sagen, ja? Wollten nur auf dem Nummer sicher gehen. Du weißt, wenn ich mich aufrege, weißt du, was ich jetzt verstanden habe. Öffnet mal, ich schütze die Treppen, öffnet die, öffnet ab. Ich bin beim Seilen. Ich bin bei diesem Falle. Ich bin bei diesem Falle. Im Gebäude. Na, der ist offen? Mhm. 20 Schuss in der ganzen Universität. Eine RPK? Nee. Eine SD. Speicherkarte. Achso. Wer hier wäre ich, ja? Okay. Hm. Ich weiß nicht. Ich bin nicht alleine. Wir sind nicht alleine, ne? Verbündeter Präzisionslustflag im Einsatzgebiet. Oh. Was ist denn da? Was ist denn da? Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Einschüß! Einschüß, Rottow, Alter! Garten, passen, passen Ich geh weiter in den Keller rein, ich hab keine Zeit What the fuck? Ach, der hat eine scheiß Mühle in so los Dann muss er doch mal wieder angefangen Zoom, Junge, in deine Fresse rein Ja, Mann, sehr schön Bin ausgelöscht Ah, komm mal, einer ist noch Oh, der ist noch Der ist noch nicht Ach, hier oben sind auch noch zwei von denen Ja, ich hab halt keine Waffe Weil, man, die haben da so eine Scheiß... Boah, diese Störmine, Mann Boah, fett in die Fresse gerotzt, Alter, hast du das gesehen, der? Ja, war mal... Ja, cool Ja, ich hab den Pill gekriegt, hab ich gesehen Ja, war der im Keller? Ja, ich hab den Pill gekriegt, hab ich gesehen Ja, Mann Ja, weil auf dem Dach sind welche Auf dem Dach sind welche? Ja, ja, die zonen hier rum Ben, 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 weine, 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 weine Komm her, komm her, komm her Komm her, komm her Komm her wieder rein Kai, wo bist'n du? Geh jetzt zum Heli Geh jetzt zum Heli Der schützt mir ein bisschen die Lane Also die, schon wieder, Ben, da ist einer Keine Schoße, keine Schoße, keine Schleppsoße In meine Mine reingegangen Das Team ist in der Sicherheitszone Wie viele Leichen liegen hier, Alter, wo bist du? Da bist du Ich bin hinter dir Dein Renn ist drei Kilo, das ist Boah, was, gehen die du nicht für geile Waffen, Alter Ja, das ist eine gute Kiste, ne? Ich mein, die Leute hier, ne? Hast du noch ne Platz auftaschen? Das ist gar keine Platz Oh Oh Ist ne Pursch bei Waffen Ja, pass auf Wir sind Gebäude weiter, ne? Jo Feinde landen im Einsatzgebiet Wenn eine Puffe hab ich, aber die musst du selber einsetzen Nimm, 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 nimm ruhig Du hast nämlich ein bisschen mehr als dich Kai, das war ich nicht Guck mal, ich bin Ben, was wir hier Farley gemacht haben, Alter Beide drei weggerutscht Also einer wollte reinkommen Anführung, abgelenkt Ausrüstungsziel vor ins Dach Vier auf die Uhr Nimm die Platte, Anwalt, nimm die Platte Oh, 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 fuck, man Der steht direkt da in der Ecke Zwei Stück Ja, das sind zwei Komm, Alter Und noch Granaten krieg ich auch noch ab hier Ja, noch mehr Granaten, besser Komm, fick dich Scheiße, Alter, wir hatten so nen Laufgarten, ey Ja Der Feind Der Feind Hi, hier kommt einer Ja Ja, ich bin oben wegen Gas Verstärkung ist unterwegs zu dir Ben, wenn wir zu kommen, lass uns die Kiste holen Was wir mit dir gemacht haben Ich geh zur Kiste, Ben Ich weiß nur, was hier jetzt ist Ja Zu welcher Kiste? Ich geh zum Kai und zum André Kai da hinten Da oben, ja, hab ich auch gesehen Nein Ich geh zum Ben Und zum Ach ja, zum Kai und zum André Ich bin auch da Die Kiste ist unten, oder was? Ich weiß nicht, die Biste Gas kommt Ah, in dem Moment ist die kaputt gegangen, Alter Betrug Dann müssen wir aber hier weg, ne? Ich hab nur 30 Schuss, Alter Ja Okay, die Waffe ist schraubt Ich hab auch nicht viel Ich hab nur 30 Schuss, Alter Bisschen, Entschuldigung Bisschen, sind Dreck Bisschen, sind Dreck Ich versuch mal zur Kiste rüber Ich auch Oh, oh Mein, diese Waffen sind so So Hurensohn, ey Oh, ey Jetzt wollte ich wegschneiden, halt Wapp, wapp, wapp Du willst Dreckst Waffe, Alter Scheiße, nein Ich bin nicht mehr Irgendwo auf den Fall Ja Kann ich mal schießen, ne? Ist die Kiste gehen? Kai, das ist die Versuch auf jeden Fall Ich komm jetzt von oben, zur Kiste und oben auf den Dach Ich brauch meine Waffe, ey Das geht nicht Wack, wack, wack Wir sind hier auch nochmal auf den Hingern Wir sind hier, wir sind hier 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 ich bin schon auf dem dach was ist das denn keine ahnung wo meine leute 9 sekunden auf dem kreis zur kiste dann müssen wir uns ein bisschen formieren langsam verstärkung ist unterliegt kai ich komme mal hier oh du scheiße alter oh danke kai der feind setzt deine bombendrohne ein ok ist die kiste nicht sauber auf die zone aufpassen kiste ist nicht sauber ne ja doch ein bisschen ja da oben auf dem dach ist ein Ziel lohnt sich nicht lohnt sich nicht ja da oben auf dem dach ist aber jetzt ein Ziel hier ist alles voll kai kai du stehst im weg kai 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 Der ist wiederum, ich will mal weiter nach vorne Der ist über die Oli, ich schüttel Ja So Jungs, ich bin hier Achtung, ich brauch halt eine, ich hab... Ich muss hier rein Da ist die Piste Panzerung abgelegt Oh, sehr gut, Alter Ja, sehr fein, Alter, sehr fein, sehr fein Ich brauche Munition, ich brauche Munition Oh, 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 Sniper irgendwo Ich hab mir ja auch nicht, ich hab mich geschwischt Wir müssen erstmal packen, wenn Munitionskommt Boah, wir sind hier auf dem Präsentierkammer Ja, man weiß auch, wo wir sind Ja, jetzt haben wir eine Sekunde Zeit Hab ich noch eine Maske? Ich hab so viel Kohle, was soll ich denn damit? Ich hab auch Granaten, ne? Ja, wir können bis hin Eine haben Nicht Mehrzahl, Scheiße Ja, sicher, warum hab ich nur Auf jeden Fall, hier rein irgendwo Ja, der geht einscheinend mitten geradeaus Sieht... Parkour geht der Ja Jetzt ist ein bisschen gefitze Fuck Ich hab auch schon mal besser geworfen Jetzt haben wir erstmal hier einweiht gas kommen wir müssen packen weiter vorne links das gebohrte würde ich sagen von oben kommen sie hinter uns ich bin jetzt gut ich habe mir gejagd Ich hab das verpackt, das weißt du, Alter. Ja, ich... Aufhören, 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 aufhören. Ah, scheiße. Wo ist das Tor? Ich könnte dich zurückholen. Ich hätte eine Maske kaufen können, ey. Warum will ich dich dann zurückholen? Jo, das Tor ist doch da. Aber der ist doch... Ist der nicht schon in der Zone, doch? Ja, aber der kommt, der schafft man, der schafft man. Ich brauch ne Waffe, Alter. Warum seid ihr links? Wo ist denn die Maske? Wo ist denn die Maske? Es gibt keine Gasmaske. Das ist schlecht. Okay, wir müssen weiterziehen, Leute. Ja, vorsichtig. Hier liegt ne Maske. Ah, ich auch. Die Kisten sind voll, die sind wieder voll. Aufm Dach, aufm Dach! Ich habe ihn gesehen, er hat ihn gezogen. Ich werde gleich runterspringen. Erledigt. Erledigt. Ah, fuck. Da sind die auch... Also noch mehr. Es ist noch ein weiter Weg. Da ist die Ben. Ich komm zu mir ran, ich komm hinter dir... ja doch 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 was auch hier sind welche runter ein bisschen ja dahinter auch warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich, komm zu zweit ja da liegt noch einer brauche Pistolenmonition da liegt einer auf dem Boden, oh nein ja ja sicherheitszone egal, aber man ist trotzdem eine gute Runde, glaube ich sicher